wir haben jetzt schon gesagt geht es weiter mit griechenland anfang am mittelmeer fangen wir gleich mal im mittelmeer an griechische dinge baume wehe kreuzung eine bergfestung wieder ein paar hütten sprungschancen geile frau jetzt get ready to rum auch bei neuen strecken bin ich immer so ist ja auch logisch deswegen sind sie neu hier ist nur ein gedränge und ich hatte diese bilder darf man nicht dagegen und ich will nicht dagegen war ein weit rein krass 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 ich dachte dass ich dagegen scheiße 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 ich dachte ich mache das krasse ja ich ja ich hatte so viel wo soll ich das wissen das sage ich doch diese dinger sind der absoluten raus das war ja jetzt müssen wir uns auch leicht anstrengen und das nächste aus der guten eindruck noch schaffen aber er hat ja nicht gewandt da hat er mich einfach so gewandt hier sowas hasse ich war war na toll was soll ich das denn wissen war gegen verkehr aber sollte ich nicht mehr auf dem verkehr auf den sicheren verkehr oh mein gott oh mein gott oh mein gott wo geht es lang durch die ruine krasses ding ja wir sind nur zwei da geworden ey komm machen wir gleich nochmal ne natürlich machen wir einen neuen start gucken wir uns natürlich nicht nochmal die map an jetzt gehts gleich los jetzt weint es so ungefähr wo lang kommen die und jetzt winken wir nochmal tschön tschön ich hoffe ihr habt jetzt auch eine er hat mich jetzt nicht k.o. gemacht da kriege ich ja gerade gute fängt die scheiße nochmal richtig geil an ey boah schubst da mich einfach weg ey komm 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 müssen wir jetzt schatten hier kein pokémon hier bis hier die Welt hier fünfzehnmal zu fahren woah woah echt angst ja ich bin einfach zu weit was soll das oh nein das schaff doch wieder nicht oh man lang sind wir jetzt hier bei dem game die musik werden komm 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 links ey komm warum sind die alle so schnell frage ich mich ich bin ja jetzt schon nur auf beschleunigung gegangen damit ich hier ansatzweise eine kleine chance bei bei den habe aber die düsen so schnell an mir vorbei oh nein oh nein oh 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 der platz eins ist zu weit weg ey vier sekunden schaff ich nicht da ist er ja oh ich ich sag einfach was ja 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 geil oh wir haben es geschafft wie krass ist das und das durch so einen geilen heck oder weiter ja ich muss jetzt meine hexen mal kurz an machen ja krass boah krass das dinge wir sind so gut sagen wir gleich das nächste mein gott der ja können wir gleich mal das angucken mal sehen ob wir das jetzt beim ersten mal schaffen ja kommt sich hier erstmal umdreht ey oh was ist das na die haben mich weggedrängt ist das nicht unfair das nenne ich auch hier nicht sportgeist ja schade ich wollte den bisschen zerquetschen alter merkte wie die hier nur rumfetzen wollen die typen kriegt leichte wut bei sowas wegen dem scheiß verliere ich ich hab den voll weg gedrängt oh was für ein glück komm das müssen wir doch jetzt mal endlich schaffen hier wäre ich zum anfang nicht immer so hätten ich mich nicht so weg geschickt hätte ich das locker geschafft vorne sehe ich schon wieder einen natürlich direkt daneben gesprungen ach gott boah kommt ja damit ja sonst verliere ich wieder mal den spielspaß daran fang gleich von vorne an ich fand den anfang ziemlich unfair warum starte ich auch immer da ich war nur ich hab nur gold gefahren bis jetzt guckte mal ja so geht das zum anfang so muss das gehen ich werde zwar immer bestimmt noch so fünfter sechster aber dann zum ende könnte ich dann doch wieder mal etwas mehr aufholen so so war nein ich wusste es ach das ist doch nie das war dagegen geklatscht so dann da warum ist der erste schon wieder fünf sekunden fünf sekunden kann noch keine sauna einholen boah schub mich doch nicht sooo mein gott ey wenn ich den im real life kenne ne 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 nur noch zwei sekunden vor uns aber leute ich glaube das rennen ist doch gleich vorbei oh gott ob ich das schaffen ich sehe schon das ziel das war's 8 damals zweiter alter zehntausendste gut dann höre ich mit diesem schlechten ergebnis auf und dann machen wir einfach das nächste mal weiter ja das machen wir auf jeden fall noch mal ein neues ist okay ja dann bedanke ich mich und dann tschüss